Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir sind immer noch am Hafen und ich habe Glück, denn dieser Typ schaut immer noch in die falsche Richtung, aber hier kommen gerade Ordenskrieger, deswegen warte ich da, bevor ich da reingehe, noch kurz. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, ja klar. Äh, verstehe. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell am westlichen Hafen, Kai. Ah ja. Okay. Ähm, oh, der Ordenskrieger schaut jetzt in meine Richtung, so ein Scheiß. Okay. Hier ist auch noch ein Dude, der Sergio heißt, der hat einen Namen, das habe ich mir beinahe gedacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass hier noch einer ist. Hallo. Ja? Du bewahrst hier die Schiffe? Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Hm. Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung nehme ich an. Ja. Ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Hallo? Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Schon mal einen Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Sporte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden, wie unser Gefangener in der Hafenkaizelle, oder? Der Mann in der Hafenkaizelle ist da ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanov's Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanov's Gold zu finden. Ha, der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkei verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein, wenn ich bloß wüsste, wo. Ich werde Romanov's Gold für dich finden. Hm, sehr lüblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Na ja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Okay, ähm, mal gucken, ob wir das auch tun. Ordenskrieger sind sehr geizig, wie wir bereits mitgekriegt haben. Ähm, ja, da gehen wir nachher auf den Rückweg hin, wo ich vorhabe, noch hinzugehen. Äh, was war das jetzt? Nein, warte, nicht runterfallen. Okay, ich wollte da auf das Schiff, aber irgendwie hat es sich sehr komisch gewehrt. Okay, wir sind auf dem Schiff. Hat der Typ nicht gesagt, hier darf niemand drauf. So, schon habe ich was geklaut. Das juckt dir nicht. Toll. Schön, dass du die Schiffe bewachst und ich mir trotzdem Stuff holen kann. So. Da hinten ist also die Hafen-Kaizelle, wo Romanov rum sitzt. Okay, dann mal kurz speichern, bevor ich hier weiterlaufe. Und da steht schon eine Wache vor der Tür. Hey du, was lungst du hier herum? Dück. Hier hat keiner was zu suchen. Hm. Toll. Äh, Windows Update schon wieder? Geil. Ich wüsste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl kein Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Moment kurz, ich muss hier ganz kurz schneiden. Ich weiß ja nicht, für wem Windows sich hält, dass es mir hier Updates während dem Let's Play reinballert. Aber kann ich mal kreuzweise eh. So, komm, hier. Was genau bewachst du hier? Hä? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja. Seine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ich will mit Romanov sprechen. Tja, du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter. Wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich. Das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Ich lasse mir damit Zeit, Bruder. So, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Ich darf halt nicht an die Tür gehen. Beziehungsweise es bringt auch nichts an die Tür zu gehen, weil er den Zellenschlüssel hat. Hier kann ich noch rumlaufen. Da ist aber auch absolut gar nichts. Und da unten scheint auch nichts zu sein. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal kurz ins Lagerhaus und gucken, ob ich vielleicht doch noch was ausnehmen kann, ohne dass mich dieser Ogre da belästigt. Und da ist auch noch, also das war im letzten Part, falls ihr euch wundert, da ist auch noch Romanos Truhe, für die ich Stufe 3 Schlösser knacken brauche. Das werde ich früher oder später eh mal irgendwann upgraden müssen. Außerdem gibt es ja noch Taschendiebstahl, das habe ich mir auch überlegt, ob ich das hole. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal geholt habe. Aber egal, jetzt müssen wir erstmal kurz hier durch. Und irgendwie gucken, dass wir von dem Ogre nicht gesehen werden. Das ist gar nicht so einfach, weil der steht da echt scheiße. Und ich glaube, er steht da so ziemlich immer. Und ich weiß nicht ganz, ob man den irgendwie wegschicken kann. Und ich weiß auch nicht, ob es sich so wirklich lohnt. Ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Wow. Ja, dann halt so. Hör doch auf! Spring doch einfach! Ach, Mann! Macht hier irgendwelche Zeitsprint-Dinger? War das hier der richtige Weg? Ich glaube, hier war... Ja, da geht's durch. Da wollen wir raus und dann kommen wir zu dem offenen Fenster und kommen ins andere Lagerhaus. Beziehungsweise die andere Seite. Von wo aus ich an die Items kommen könnte, wurde der Ogre bewacht. Mal sehen, ob das klappt. Und wenn wir das haben, können wir weiter uns im Hafen umsehen. Das wird schon noch eine Weile gehen, bis wir alles durch haben. So, da ist zum Beispiel eine Truhe. Autsch. Okay. Die Truhe können wir offensichtlich öffnen. Jawohl. Und bekommen ein bisschen Stuff, das ich nicht unbedingt brauche. Jetzt ist die Frage, komme ich an diesen Schrank da hinten ran? Und genau das ist das Einzige. Yes! Yes! Einfach nicht hinsehen. Okay. Jetzt haben wir hier alles ausgenommen, außer Romaner Struhe. Und die können wir auch noch ganz schnell holen, sobald wir das können. Hallo! Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt weiter. Wir müssten jetzt noch bei den Treppen nach den Treppen nach rechts abbiegen, damit wir hier alles kennen. Übrigens, letztes Mal haben wir Sid und seine Freundin hier getroffen. Moment, da kann ich jetzt rein. Ich will die Möhre haben, die er da rumliegen hat. Äh, Messer. Wie auch immer. Stuff halt. Scheiße, ich muss mich hier beeilen. Ich kriege hier garantiert gleich Stress. Ich sag's euch. Wir haben jetzt einen Dietrich gefunden. Als ob die nicht merkt, wenn ich den Schrank hier jetzt bediene. War klar. Okay, da kann ich nicht ran. Aua. Äh, ich prüge mich mit deiner Freundin. Oder eher, sie verprügelt mich. Jetzt hat es auch gerafft. Okay. Also, diesen Schrank darf ich nicht berühren. Alles andere schon. Und da Sid die ganze Zeit wach ist, wie zum Fick soll ich an diesen Schrank rankommen? Außer Sid verschwindet irgendwann. Da müsste ich aber den Ordenskriegern helfen, glaube ich. Und es kann auch sein, dass er auch in jedem Fall irgendwo anders hingeht, sobald ich die Quests für ihn erledigt habe und so. Hallo. Ja? Was guckst du so? Einfach da drinnen speichern und plötzlich gibt's Stress. So, okay. Wir gehen weiter. Wir können jetzt in diese Richtung gehen. Links haben wir alles erledigt. Hier ist... Ja genau, hier sitzt noch jemand. Den hab ich letztes Mal schon gesehen. Ähm. Hab ich auch noch nicht angesprochen. Der macht Musik. Probleme haben wir alle. Der bringt mir gar nichts. Aber hier ist eine Schatztruhe. Ich hoffe, der meckert nicht rum, wenn ich die klau. Ich klau nicht die ganze Truhe, aber ich... Das Schloss ist zu schwierig. Oh! Okay, diese Schatztruhen brauchen alle Stufe 3, die so aussehen. Na gut. Irgendwann haben wir das auch. So. Du bist dieser Rodriguez, ne? Hallo. Peter. Peter, Frender. Wenn du Fleisch haben willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du kein Gold besitzt, Meister Bail schwurverteilt einen Topf an die Armen. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Sind das viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden drei Häuser ausgeraubt. Aber mittlerweile noch mehr. Was habt ihr unternommen? Wir versuchen die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Hm. Woher kennst du Sid? Von früher. Ich gehörte mal zur Bande des Don. Aber in der Festung habe ich erkannt, dass der Weg der Banditen falsch ist. Jetzt kämpfe ich für die Gerechtigkeit und für Inquisito Mendoza. Hm. Was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn du die Einbrüche aufklärst. Ähm, ja. Wie immer, alle Quests annehmen und nur die Hälfte erledigen. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut. Dann pass auf. Das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein. Das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wer das war. In welche Häuser wurde er eingebrochen? Bei Nelson dem Kartenzeichner, Flavio dem Fellhändler und Baxter dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo finde ich Flavio, den Fellhändler? Oben in der Gosse. Er hat sein Haus gleich neben dem Schreien der Heiligen Flamme. Stimmt. Baxter, den Buchhalter. Gleich neben der Fleischerei. Schließlich führt er hier die Geschäfte. Nelson, den Kartenzeichner. Er hat seine Hütte auf dem Weg in die Gosse. Den weiß ich. Geh einfach die Treppe vom Hafen rauf. Okay, alles durchgequatscht. Ich könnte jetzt entweder in die Fleischerei oder mit denen reden. Ich werde jetzt einfach mal schnell mit denen reden. Zumindest mit denen, bei denen ich schon war. Damit ich das hinter mir habe. Kann ich mit Sid reden? Ja. Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der für dich die Häuser auskundschaftet. So, so. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet? Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist das? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was. Bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Okay. So, jetzt reden wir schnell mit dem Nersen. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfälle verkauft. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkennlich zeigen. Okay. Es könnte sein, dass den die hat, oder? Ja. Ich vermute, Sid hat deinen Ring gestohlen. Na und? Selbst wenn. Du kannst das nicht beweisen. Erstmal gucken. Ich will hier nicht zu hart auftreten. Gib mir deinen Ring. Warum sollte ich das tun? Komm schon. Ich schenke dir auch was anderes. Hm. Das klingt verlockend. Gut. Ich will eine Perlenkette. Schenk mir eine Perlenkette, dann bekommst du den Ring. Wo soll ich denn eine Perlenkette herkriegen? Ein echter Mann würde nicht fragen, sondern eine beschaffen. Hm. Ich glaube, dass man die irgendwo kaufen muss, aber ich bin mir nicht sicher. Ah ja, okay. Doyle war der Tagelöhner. Ich weiß, wo der ist. Ich suche Doyle. Doyle? Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Er ist doch wohl nicht in die Vulkanfestung gebracht worden. Der war ein paar Mal bei mir und hat Fisch gekauft. Wenigstens einer. Aber vielleicht weiß ich, wo er ist. Wo steckt Doyle? Er hat sich bei Costa einquartiert. Weiß ich doch. Und seitdem lässt er sich nicht mehr in der Gosse blicken. Wenn ich mehr wüsste, würde ich sagen, er versteckt sich. Hm. Wieso nur? Okay, dann haben wir Pavel. Sorry, du bist Finn. Pavel? Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Hm. Na schön. So, dann kommt Flavio. Wegen des Einwurfs. Was wurde gestohlen? Meine Fälle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Wer war am Tag des Einwurfs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Hm. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen. Aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Gut. Dann reden wir als nächstes noch... Oh Gott. Okay. Reden wir als nächstes noch mit Vasili. Und dann müssen wir in der Fleischerei noch mit Mo reden. Und dann müssen wir noch mit dem Buchhalter reden. Und wir müssen halt, ja, wenn man das nicht schon weiß oder schon mal gemacht hat, dann muss man genau drauf achten, wer der Verdächtigste ist oder wer es dann am Ende sein kann. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ich habe Bier ausgeliefert und war in fast allen Häusern. Ist dir das von alleine eingefallen, du Schlauberger? Hm. Na schön. Okay. So, dann gehen wir weiter. Ich meine, ja. Dann gehen wir hier in die Schlachterei, Fleischerei, wie auch immer. Dargil, hallo. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Girga sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Sie kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. Zwei Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo, der kann ein Lied davon singen. Wer ist Mo? Mein Gehilfe. Er macht gute Arbeit und hat viel zu tun. Also ärgere ihn nicht. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen. Wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Ich suche Baxter. Der ist im Haus nebenan. Dort ist das Büro. Lass uns handeln. Okay, ja, äh, brauche ich alles nicht. So, Buchständer. Wichtig, wichtig. Erstmal lesen. Steaks und Zwiebeln. Einkochen. Das schreibe ich mir mal ab. Uh, neues Rezept. Nee, schade. Wie weit darf ich gehen? Ah, da darf ich schon mal nicht rein. Lass hier bloß nichts an. Du bist Moe-Kuh, das Tattoo, Bro. Hi, ich bin der Moe. Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle. Halte die Fleischerei sauber. Koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag. Also, wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Habt ihr noch ein paar Fälle? Ja, ein paar alte Fälle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Ja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Fälle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Was weißt du über die Einbrüche? Hey, mir ist schon klar, was du denkst. Der Mo liefert das Fleisch aus. Der steckt mit drin. Aber du irrst dich. Eure Wertsachen sind mir egal. Ich brauche nur Musik und Bier. Na schön. Okay, das wäre schon alles. Hier kann man noch Fleisch klauen. Aber leider schaut mir der Daugel gerade über die Schulter. Weil ich in diesen Raum gerannt bin. Und mich dem ane nach oben darf ich auch nicht. Ja, jetzt. Ich bin doch weg, Mann. Beruhig dich. So, also wenn ich hier richtig stehe, kann ich das bestimmt klauen. Aber vielleicht auch nicht, weil der Typ steht da sehr nahe dran. Der Mist, Kerl. Der Mist, Kerl. Ja, okay. Okay, keine Chance. Ich glaube, bei Nacht könnte das vielleicht klappen. Aber jetzt gerade klappt es jedenfalls nicht. Gut, und ich nehme an, dass ich auch nicht nach oben darf. Und ich nehme an, dass ich auch nicht nach oben komme, wenn die da stehen. Die sehen mich ja die ganze Zeit. Ich glaube, da geht gar nichts. Aber ich werde es mal versuchen. Also dieser Raum ist schon mal für den Arsch, weil der guckt die ganze Zeit in meine Richtung. Und da bist du auch für den Arsch, okay. Was willst du hier? So, da reden wir mit Baxter. Wir müssen immer noch das mit den Eingrüchen erledigen. Da bist du ein Bauer. Und du hast auch nichts zu sagen, oder? Und ich nehme an, da rein komme ich nicht. Ich nehme an, ich habe mich geirrt. Truhe. Geht auch. Tö, ihr seid echt verblödet, ey. Lass mich hier einfach alles klauen. Okay. Was willst du hier? Tja, ich war die ganze Zeit da drin, aber du hast es nicht gemerkt. Okay, dann geht es darüber später zum Händlerviertel. Glaube ich. Oder halt das Hohlviertel. Da ist, glaube ich, kommandant Carlos in der Richtung. Und da wollen wir jetzt noch nicht hin, aber da müssen wir ihm dann im nächsten Part hin. Jetzt will ich eigentlich nur noch kurz mit Baxter reden. Beziehungsweise, der schaut gerade nicht in meine Richtung. Also noch besser. Ich glaube gleich, ich nehme gleich die Truhe aus. Oh, die Zwiebeln habe ich auch. Die Zwiebeln sind toll. Damit kann man sehr viel zubereiten. Ah! Scheiße. Okay, rechts, links, 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 rechts, rechts. Also absolut nicht symmetrisch oder sonst was. Aber gut. Wir haben Zwiebeln und da gibt es schon mal einige Rezepte, die man damit herstellen kann. Hallo Baxter. Okay, das juckt den ja gar nicht, dass ich hier rumlaufe. Ich hätte genauso gut nicht schleichen können. Moment. Dreimal dicke Rippe zu 25 und 18 Hinterschinken sind 265. Ja, was gibt's? Rechnest? Ja, ich mache die Abrechnung und führe die Bücher der Fleischerei. Verstehe. Rechnen ist gar nicht so schwer. Du musst nur mit den kleinen Zahlen anfangen. Ich kann rechnen. Wirklich? Lust auf eine kleine Aufgabe? Gib's mir. Wie viel ist? 14 mal 17. Oh Gott. 14 mal 17. Äh, Kopfrechnen. Ja, da wollen wir natürlich nicht cheaten. Äh, 14 mal 15 ist 210. 200... 24 ist 238. 238. Richtig. Sehr gut. Ein Mann sollte die Waffen des Geistes zu schätzen wissen. Cool. Ähm. Danke für die Aufgabe und danke für die Erfahrungspunkte. Sehr cool. Äh, was brauchen wir zuerst? Handel mit Flavio. Ah ja, da geht's um die Felle. Habe ich die schon. Ich hab fünf Wildschweinfälle. Ich glaube, ich brauche auch fünf. Und Wolfschweinfälle habe ich immer erst genug. Oh, warte mal. Ich kann in einem Buch... Na, ich bin da jetzt dran. Ich werde es lesen. Okay. Fünf Erfahrungen, weil es nicht wirklich, weil es nicht wirklich was bringt. Aber, ja, deswegen sind es keine zehn. Aber es ist besser als nichts. So. Erstmal mit Flavio. Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Aha, der Handel mit Flavio. Da fehlte mir noch die Ware. Das sind insgesamt zehn Felle. Fünf Wolfs und fünf Keilerfelle. Aber ich nehme nur die vollständige Lieferung, damit das klar ist. Ja, hier. Kannst du ja haben. Hier sind die Felle. Hm, mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Sehr gut. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wohl? Das Gold natürlich. Das Gold, das die Leute bezahlen, damit sie Fleisch bekommen. Das Gold gehört dem Orden. Und jetzt ist es weg. Und wie viel war das? Alles. Und wie viel genau, weiß ich nicht. Ich wollte gerade die Abrechnung machen, als ich den Diebstahl bemerkt habe. Wer war am Tag des Einbruchs im Haupt? Dieser bekloppte Doyle wollte mir Fisch verkaufen. Er arbeitet wohl für den Fischhändler. Aber ich stehe hier nicht auf Fisch. Also habe ich ihn fortgejagt. Und der dicke Vasili hat Bier gebracht. Das habe ich bezahlt. Dafür habe ich ihm ein paar Stücke Fleisch gegeben. Und Mo war natürlich ein paar Mal hier. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich arbeitet er hier. So, und jetzt haben wir genug Informationen, um genau zu wissen, wer es war. Ich springe erstmal gegen die Wand. Und falls ihr es noch nicht wisst, dann werden wir das auf jeden Fall in diesem Part noch erledigen. Was müssen wir noch machen? Das Fleisch auch noch abliefern. Und dann können wir im nächsten Part weitermachen. Dann haben wir nur noch das Bordell hier in dem Hafenbereich. Und dann können wir ins Händlerviertel. Also geht ratzfatz nach und nach so. Was ist mit den Fällen von Flavio? Was soll damit sein? Die hast du doch auch gestohlen. Ach, die sind doch schon längst verkauft. Wenn du ein paar Fälle brauchst, musst du dich schon selbst bedienen. Und wo? Hey, du musst schon selbst danach suchen, klar? Okay, ähm, was passiert, wenn ich sage, ich kenne deinen Spion? Ich kenne deinen Spion. Hast du ihn auch schon gefunden? Und mit ihm gesprochen? Bisher noch nicht. Dann solltest du das tun. Richtig. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ähm, aber erst gebe ich, glaube ich, das Fleisch ab. Und dann machen wir das noch schnell. Dann haben wir das auch erledigt. Was ist los? Muss ich dir das Fleisch geben? Oder muss ich das Pavel geben? Ich glaube, Belschwo, oder? Äh, Flavio. Äh, Moment, wem muss ich das geben? Ich habe das Fleisch besorgt. Gut. Dann bringe es zu Meister Belschwo. Bring nicht mal Erfahrung, ihm das zu sagen. Ich bringe dir Fleisch. So. Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. So, jetzt gehen wir zum Spion. Und dann hätten wir vorerst alles erledigt. Und danach, ja, habe ich ja schon gesagt. Was wir als nächstes vorhaben. Okay. Was zum... Äh, keine Absicht. Ich bin auszusehen wieder aufs Dach gehüpft. Okay. Da liegt er auch schon. Der war sowieso ein bisschen seltsam, ne? Ich kann das nicht noch warten. Nope. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Hm. Na schön. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul? Und den Teil mit dem ja, ich habe es getan. Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also. Hat doch gar nichts wehgetan. Naja, aber ich weiß noch nicht genau, was der nächste Schritt ist mit ihm. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Hm. Ich muss darüber nachdenken. Bitte, verrate mich nicht an Sid oder Rodriguez. Wir werden sehen. Du wartest hier. Wehe, wenn du abhaust. Ich finde dich. Schon gut. Ich werde mich nicht bewegen. Sprach er und bewegte sich. Ja, er schläft nicht mehr den ganzen Tag. Er sitzt jetzt einfach hier rum. Ich habe nachgedacht. Oh Mist. Was kommt jetzt? Ich habe es befürchtet. Okay, ähm. Stopp, 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 stopp. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Ja, okay. Ich kenne die Idee. Wollen wir nicht. Nee. Ähm. Ich weiß jetzt nicht. Soll ich noch kurz mit Sid und oder Rodriguez reden wegen ihm? Ich lasse es natürlich erstmal noch offen. Denn es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Ich gehe für den Don oder für den Orden. Und das weiß ich natürlich jetzt. Oder beziehungsweise, das weiß ich ja schon. Aber ich will natürlich so wenig wie möglich zweimal machen müssen. Und ich will natürlich auch ein bisschen beide Wege... Oh, was mache ich eigentlich? Ich will doch nur nach vorne springen. Und der hüpft da hoch. Okay, ähm, ja. Äh, da werde ich... Das werde ich erst... Das habe ich mich jetzt selber unterbrochen. Ich werde das erst ganz... Wenn ich alles gemacht habe... Ähm, in die Wege leiten. Kann ich dem hier aber jetzt Bescheid sagen? Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Was hast du jetzt mit ihm vor? Er kann mir gefährlich werden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass er verschwindet. Für immer. Du wirst das übernehmen. Wie du es anstellst, ist mir egal. Aber lass dich nicht dabei erwischen. Okay. So, Doyle muss verschwinden. Und das heißt... Wir haben jetzt die Wahl, irgendwie Doyle loszuwerden. Mal sehen, ob Rodriguez noch was dazu sagt. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt. Richtig? Ja. Es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Also, was soll mit ihm geschehen? Mit ihm als Zeugen wird es uns gelingen, Sid zu überführen. Solange soll er sich versteckt halten. Mach ihm klar, dass er sich auf unsere Seite stellen muss. Und dann nimm dir Sid vor. Okay. Äh, das sind jetzt wieder beide Möglichkeiten. Und ich glaube, ich kann mich dann wieder entscheiden, welchen Weg ich nehme. Ich glaube nicht, dass das jetzt Probleme verursacht, weil ich beiden Bescheid gesagt habe. Ich glaube, dass es nur ein bisschen Erfahrung für mich ist. Oh, wieso kann ich ihm das sagen? Stimmt doch gar nicht. Okay. Aber wie ihr seht, links steht jetzt ein Viertel für den Orden. Oder, naja, nicht ein Viertel. Eins von vier für den Orden. Das heißt, wir haben eine von vier möglichen Quests abgeschlossen, wo wir für den Orden sind, statt für Don. Also, es gibt jedes Mal, wenn ich eine dieser Quests abschließe, wo es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, gibt es immer ein Eins von vier. Und das heißt, es gibt nur vier Quests, bei denen ich aufpassen muss, welchen Weg ich gehe. Und bei allen anderen Quests, ähm, sind die so abschließbar. Das heißt, wenn keiner von denen die Gold schalen will, und ich die jetzt dem Dude gebe, der da vorm Lagerhaus steht, und der dann, ähm, und da dann links nicht dran steht, eins von vier für den Orden, dann ist das keine Quest, die ich einem Don-Typ, einem Manditen geben kann, sondern dann kann ich die nur ihm ergeben. Nur mal als Beispiel. Also, es gibt ein paar Quests, bei denen das egal ist, oder halt, ja, bei denen das nicht passiert, dass man sich einer Seite anschließt, oder für eine Seite entscheidet. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich mit Doll rede. Okay, noch gar nichts. Ähm, gut. Gut, das heißt, wenn ich jetzt sage, für den Orden oder für Don, das müsste ich, glaube ich, jetzt entscheiden, äh, dann habe ich den Weg eingeschlagen. Das wollen wir natürlich nicht, aber dieser Part ist jetzt länger als geplant, weil ich das mit diesen Einbrüchen noch erledigen will, wollte. Beim nächsten Mal laden wir aber nicht den hier, sondern diesen Spielstand und machen uns auf ins Bordell. Aber das wird das für den nächsten Part. Ich gucke jetzt kurz, ob es so ist, wie ich denke. Ja, ich kann nur diesen Weg nehmen. Und das heißt, ähm, wir beenden diesen Part einfach an dieser Stelle mit einem Gespräch. Und ich sag mal, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Macht's gut und bis dann. Ciao.